Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute keiner Chartanalyse, keinem Wochenausblick oder sonstigen. Heute geht es mal wirklich um einen Presale-Token und zwar um Renegade. Renegade werde ich euch jetzt in den nächsten Minuten mal ein bisschen vorstellen, beziehungsweise schon mal vorweg, ich werde nicht für das Projekt bezahlt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ich habe hier wirklich Geld rein investiert heute Morgen, wollte euch das Projekt jetzt aber nicht vorenthalten, beziehungsweise weil da so eine kleine Frist abläuft, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das Video relativ schnell jetzt online, damit ihr vielleicht auch noch die Chance habt und natürlich bei solchen Presale-Sachen. Das ist mir jetzt ganz wichtig, weil es soll auch so eine neue Kategorie hier auf dem Kanal werden, zukünftig, dass ich euch mal öfter solche Projekte vorstelle. Natürlich nur die, wo ich auch selber reingehe, ist mir ganz, ganz wichtig. Steckt nur das Geld rein, wo ihr, sag ich mal, auch verlieren könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Klar, man hat hier extrem hohes Potenzial, aber trotzdem, man kann hier wirklich auch alles verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig und das wollte ich euch nur vornherein sagen. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne natürlich auch die Glocke aktivieren und in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe gerne reinkommen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch direkt durch. Und zwar geht es ja, wie gesagt, heute um Renegade. Nicht wundern, ich bin hier auf der Twitter-Seite aktiv, hat einfach den Aspekt, momentan ist leider die Seite im Wartungsmodus. Aber keine Sorge, das Projekt ist wirklich legit, also wirklich, ich habe das durchgecheckt. Ich bin in einer Telegram-Gruppe drin, habe da auch schon einige Fragen gestellt. Der Founder geht da auch sehr, sehr offen damit um und alles. Also da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal das Telegram-Bild hier mit reingenommen, weil es einfach wirklich das widerspiegelt, was es dann auch zukünftig ist. Also ich werde euch natürlich auch alle Links unten gerne in die Videobeschreibung reinpacken, auch meinen Affiliate-Link, wenn man das so nennen darf, keine Ahnung. Werde ich euch, wie gesagt, alles unten reinpacken. Aber was ist Renegade überhaupt? Renegade soll oder ist eine All-in-One-Plattform? Kann man meines Erachtens wenig mit Crypto.com oder auch mit so einer Binance-Kreditkarte vergleichen. Ihr kriegt nämlich hier auch einen sogenannten IBAN-Bank-Account. Das heißt, ihr könnt euch das wie so eine große Exchange, aber so eine All-in-One-Exchange, damit werben die ja auch in ihrem Whitepaper. Das gibt es natürlich auch. Das werde ich euch natürlich auch unten hier verlinken, wo dann auch wirklich nochmal alles wirklich drin erklärt ist. Was haben die sich vorgestellt? Warum? Wieso? Weshalb? Ihr habt ja auf jeden Fall deutlich mehr Möglichkeiten als zum Beispiel bei Crypto.com. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr kriegt eine Kreditkarte, kriegt ihr automatisch eine Visa-Kreditkarte dazu. Visa ist ja sowieso sehr kryptofreundlich, wird ja glaube ich auch bei Crypto.com und sonst was verwendet. Ihr habt eine Exchange da drin, deswegen natürlich auch der eigene Token, der Renegade-Token, der, da kommen wir jetzt auch nochmal gleich zu sprechen, ja momentan eben im Presale ist. Und ihr habt eine eigene Crypto-Wallet. Das heißt, ihr habt wirklich eine komplette All-in-One-Plattform, die ihr hier zukünftig nutzen könnt. Soll gelauncht werden, beziehungsweise App und sowas soll alles im Januar gelauncht werden. Token Release. Kann ich euch jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, wann er wirklich rauskommt, aber es ist das BitMart-Listing. Ist abgeschlossen, beziehungsweise es gibt das erste Listing. Wann das kommt, weiß ich noch nicht. Kann ich euch ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Aber ist alles schon unterschrieben und ledged. Ledged, es findet hier außerdem eine Zusammenarbeit mit zwei Banken. Und auch das ist ledged, wurde geprüft, einerseits mit dieser Inter-Giro aus Schweden, also auch EU. Und noch eine Bank, das weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Aber es ist wirklich alles ziemlich gut abgesichert. Und was man schon mal vorneweg sagen sollte, ihr müsst hier KYC machen. Finde ich aber jetzt ganz ehrlich auch nicht verkehrt. Ich meine, wenn das wirklich mehr in Anbetracht gezogen werden soll, zukünftig sowas zu verwenden. Und wir haben dann hier eine All-in-One-Plattform. Ihr könnt damit zahlen, ihr habt eure Visa-Card, ihr könnt Spotify, Netflix, genauso ähnlich wie Crypto.com, meines Erachtens nur ein bisschen besser, weil ihr hier wirklich All-in-One habt. Ihr könnt eure Rechnungen damit bezahlen und sonstiges. Und kriegt hier bis zu 8% Cashback. Und jetzt kommt dieser kleine Haken bis zu 8% Cashback. Und zwar gibt es eine sogenannte Founder-Card. Diese Founder-Card, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich das Video jetzt mache, ist für die ersten 500 Leute, die hier 1.000 Euro investieren. Das heißt, ihr müsstet für 1.000 Euro grob 20.000 Token zahlen. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal ganz kurz. Ich habe es gemacht. Will ich auch ganz offen und transparent mit euch umgehen. Im Pre-Sale kosten die 5 Cent. Der nächste, ich glaube, der nächste Sale ist dann bei 0,55 Euro Cent, kann man so ehrlich sagen. Und Listing-Preis wird dann 0,10 Euro Cent sein auf jeden Fall. So, das heißt, ihr habt momentan die Möglichkeit, hier für 50% billiger einzukaufen. Muss man aber auch dazu sagen, wie gesagt, es gibt noch ca. 100 Founder-Cards. Also, ich war noch einer davon, nur umso mehr, sage ich mal, Tage verfliegen, desto weniger werden es natürlich. Man muss aber auch dazu sagen, man geht hier enormes Risiko. 1.000 Euro habe ich jetzt da rein investiert, ist natürlich nicht ohne. Also, für manche ist es ein Haufen Geld. Deswegen habe ich ja von vornherein gesagt, Leute, investiert wirklich nur das, was es euch dann auch wert ist. Für mich ist das Projekt legit. Ich wollte mir jetzt einfach mal, ist für mich, wie gesagt, der erste richtige Pre-Sale, den ich eingehe. Aber das Projekt überzeugt mich, eben wegen dieser All-in-One-Plattform, weil der Founder wirklich so offen umgeht. Die Firma sitzt übrigens in Lichtenstein, also alles auch okay. Wie gesagt, alles geprüft und so. Und ich bin ja nicht der einzige YouTuber, der das jetzt momentan zumindest anspricht und wo auch komplett geprüft wurde. Aber, wie gesagt, ich wollte es euch nicht vorbehalten. Es gibt noch genügend Token zu dem Preis. Man sieht es hier, 14.846.000 zu jetzigen Stand momentan. White Paper, wie gesagt, ist auch alles drin. Sieht auch alles wirklich gut aus. Ihr habt dann auch hier, das ist, finde ich, auch ein ganz cooles Ding. Klar, man vergleicht sich dann immer so ein bisschen mit anderen Sachen wie N26, auch wenn N26 keine wirkliche Kryptobörse ist oder Sonstiges. Aber hier so ein kleiner Vergleich auch gegenüber von Krypto.com. Klar, es ähnelt sich vieles. Ihr habt aber hier zum Beispiel mit eurem 100.000 Euro Protection Fund, sind ja diese 100.000 Euro Einlagensicherung, die ihr bei jeder Bank habt. Ist schon mal ganz gut. Klar, Visa habt ihr auch. Wie gesagt, ihr könnt dann ganz normale Banküberweisungen machen, weil ihr eben IBAN kriegt. Und ihr könnt halt wirklich es als Exchange nutzen. Das heißt, ihr kriegt euer Geld da drauf, zum Beispiel Lohngehalt. Ihr habt ja dann eine IBAN. Könnt dann jederzeit in Krypto umtauschen, könnt mit Krypto auch bezahlen, überall Geld versenden und so. Ist nicht verkehrt. Weil sonst habt ihr immer noch so 20.000 Apps oder sonst was, wo ihr dann zwischen. Oder zum Beispiel, ihr müsst von beispielsweise Kraken, ihr schickt da eure Kryptos, dann verkauft ihr sie in Euro, dann müsst ihr sie wieder dahin schicken und so. Dann habt ihr Probleme mit der Bank. Und so habt ihr im Endeffekt wirklich eine All-in-One-Plattform. Und das ist auch der Grund. Und natürlich, weil die so offen mit allem drum gehen. Und wie gesagt, ich gucke mir das seit ein paar Tagen an. Und wenn ich da jetzt ehrlich gesagt nicht überzeugt wäre, dann hätte ich da auch keine 1.000 Euro investiert. Deswegen war mir das jetzt auch ganz wichtig, euch das so offen zu zeigen. Also ich habe hier wirklich investiert. Ihr seht ja, das ist jetzt noch der Rest, der übrig ist. Aber ich habe wirklich mir die 20.000 Token auch hier gekauft. Sieht man auch hier 20.000 oder nochmal so 10 für das Rest, was ich einfach noch gekauft habe. Vergesst es. Aber das war mir halt extrem wichtig, dass ich da wirklich offen mit euch umgehe. So. Wie funktioniert das Ganze? Wie gesagt, ich werde euch meinen Link unten reinpacken. Ihr müsst euch natürlich hier ganz normal E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Anrede. Natürlich hier keine Fake-Namen bitte. Also wirklich eure echten Namen. Dann klickt ihr auf kostenlos registrieren. Dann kriegt ihr einen Link. Damit müsst ihr dann einfach nochmal bestätigen. Und dann landet ihr eben auf der Website, wo ich euch gerade gezeigt habe. Dann, natürlich müsst ihr KYC machen, aber so, es geht wirklich flott. Ich habe gestern auch, weil es mir halt darum ging, ich wollte einer der ersten 500 sein, die hier wirklich 1.000 Euro reinhauen. Da habe ich auch mit jemandem geschrieben und so, hey, wie schnell geht es KYC und sowas. Aber das ging wirklich flott. Innerhalb zwei Stunden hatten wir hier KYC alles durch, also passt alles. Dann natürlich, man kann mit Bitcoin einkaufen. So, das ist Möglichkeit Nummer eins. Ist auch, finde ich, meines Erachtens ein bisschen die sichere Variante. Ihr könnt da entweder QR-Code oder halt die Adresse und dann per BTC-Netzwerk einzahlen. Das sind, glaube ich, gerade 0,0064 oder so BTC, die ihr hier einzahlen müsstet. Und ja, dann einfach nur noch kaufen und fertig. Und schon ist es drauf. Ihr hättet aber auch noch die Möglichkeit, über einen Support es dann mit Euro oder so zu zahlen. War mir dann aber doch nicht so. So, also das wollte ich dann doch wiederum nicht so wirklich machen. Deswegen habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt, ich mache das über BTC und so, damit das auch alles safe ist. So. Und ja, um das dann weiterzumachen, wenn ihr diese 20.000 Token dann gekauft habt, sind die erstmal gelockt. Das heißt, die sind im Westing. Für sechs Monate nach dem Listing sind die sechs Monate gelockt. Ihr kriegt aber jeden Monat ein Sechstel ausgezahlt. So. Und was halt jetzt noch ganz cool ist, also ihr habt ja natürlich auch die Twitter-Seite und momentan läuft halt eben auch noch die Aktion. Deswegen will ich das Video halt jetzt auch so schnell wie möglich raushauen. Dass ihr 20% Bonus-Token bekommt für jeden Token, den ihr euch kauft. Das heißt, ich habe jetzt hier für 20.000, kriege dann 24.000 Token insgesamt gut geschrieben. Eben, sobald die Aktion beendet ist, also es ist auch nochmal was, wo ihr dann zusätzlich kriegt. Klar, minimiert vielleicht dann das Risiko. Irgendwann vielleicht mal, wenn dann wirklich der Token-Launch ist und so. Klar, aber ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr jetzt kauft zum Pre-Sale, sind die erstmal im Westing und das für sechs Monate. Und dann kriegt ihr halt immer nur ein Sechstel jeden Monat gut geschrieben und könnt die dann verkaufen. So. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Ding. Diese 8% solltet ihr euch wirklich für diese Founder-Card interessieren. Verfallen nicht, wenn ihr einfach die Token verkauft. Also das heißt, ihr habt weiterhin Zugriff auf eure 8% Cashback, auch wenn ihr die Token komplett dann verkaufen solltet, nachdem ihr alle aus dem Westing raus habt. Auch nochmal so ein kleiner Hinweis. Aber wie gesagt, es ist mir ganz, ganz wichtig, Leute, das Projekt kann auch zu Null gehen. Das ist, muss man oder muss ich auch ganz ehrlich zu euch sagen, es ist Risikokapital. Es kann sich aber auch auf lange Sicht lohnen. Und für mich persönlich ist es ein gutes Legit-Projekt. Telegram-Gruppe, alles gut. Schnelle Antworten, es sind auch viele involviert. Wie gesagt, dann mit eben dieser Bank aus Schweden-Kooperation ganz gut. Das White Paper sieht gut aus. Also alles relativ safe. Trotzdem, wie gesagt, ich will euch hier ganz offen auch meine Meinung sagen, es kann wirklich Richtung Null gehen. Deswegen, nur weil ich jetzt Tausende investiert habe, um diese Founder-Card zu bekommen, müsst ihr das nicht auch machen. Ich finde es gut, dass hier KYC-Pflicht ist. Ist einfach so, das wird auch früher oder später immer weiter kommen. Darauf müssen wir uns einstellen. KYC wird irgendwann einfach zur Pflicht werden für alle, um eben regulatorische Sachen auch zu machen, damit Krypto auch immer mehr Anhang findet. Und dass sie das hier direkt einführen, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Gut, wie gesagt, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt, vielleicht kann ich auch mal mit dem CEO oder Founder oder mit irgendjemandem von einem Projekt ein Arma oder so machen in der Telegram-Gruppe. Oder wir machen mal ein Interview mit ihm, vielleicht kann ich da mal anfragen, sollte eigentlich alles kein Problem sein. Telegram-Gruppe in Deutsch und Englisch gibt es natürlich. Ich werde euch alle Kanäle unten mal mit reinschreiben, beziehungsweise die Links einfach mit reinpacken. Wie gesagt, lasst euch nicht verunsichern jetzt hier für den Wartungsmodus, soll am 19. oder 20. dann wieder online sein. App wird dann Richtung Januar, was habe ich gesagt, ich glaube, Januar wird sie gelauncht und dann soll auch die Seite dann wirklich laufen und so. Also lasst euch da nicht verunsichern. Wenn euch das noch ein bisschen zu unsicher ist, wartet, bis die Seite online ist. Geht gerne in die Telegram-Gruppe, kann ich euch echt nur empfehlen, da könnt ihr jederzeit Fragen stellen. Lest euch das White Paper durch, schreibe ich auch alles unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ansonsten, wie gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit für 0, also für 5 Cent momentan einzukaufen. Der nächste Preis sind dann die 0,055 Cent und Listingpreis wird 0,10 Euro Cent grob sein. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch zumindest so die groben Fragen erst einmal beantwortet habe. Wie gesagt, All-in-One-Plattform, Renegade, finde ich gut. All-in-One, das ist halt mal wirklich was anderes. Ich bin kein Crypto.com-Fan, das wisst ihr, ist mir nie gelegen. Mir war die App und alles viel zu umständlich. War ich auch nie so Fan davon, wie das alles abgelaufen ist. Könnte jetzt mit Renegade vielleicht wirklich eine zukünftige Lösung für vieles sein, dass man hier wirklich Bankkonto und alles in einem halt hat. Das ist halt das Geile, wo ihr dann auch Rechnungen und alles dann mit dem Cashback dann bezahlen könnt. Und ja, ihr müsst dann halt natürlich auch wahrscheinlich keinen Umweg mehr gehen. Ich glaube, Apple Pay soll dann, glaube ich, auch noch gehen. Also, wie gesagt, einfach gerne die Kollegen anschreiben, wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt. Link packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, war es das von mir oder von meiner Seite. Gerne ein Like da lassen, abonnieren nicht vergessen. Wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.